Heute ist ein schöner Tag. Ich zieh mich mal an. Jetzt muss, jetzt gehe ich zum Freibad. Tschüss. Ja, tschüss. Wo ist die Sophia? Jetzt. Ich bin schon fast da. Ich will jetzt gleich im Pool. Erstmal fragen. Erstmal fragen, ob ich überhaupt ein Boot leihen darf. Ah. Ja, ich spiele erstmal mit Puppi. Ja, es ist normal.